Jahrelang erzähle ich euch was über Cyber Security und jetzt kommt ein Video, dass ihr vermutlich ein falsches Bild davon habt. Uff. Zunächst, es geht hier um den Job, um die Industrie dahinter, aber mir ist wichtig, dass ihr nicht am Ende enttäuscht seid, was man als Cyber Security Person alles im Job machen muss. Ich habe einige Nachrichten schon gehabt, die mir sagten, dass sie Schwierigkeiten hätten, in dem Feld Fuß zu fassen, einen Job zu finden und dass trotz dem massiven Loch an Experten, das wir einfach auf dem Jobmarkt aktuell haben. Trotz Löhne, die exorbitant groß sind und in keinem anderen Bereich der Informatik gibt es so viele offene Stellen wie in der Cyber Security. Was ist da also passiert? Das und einige wichtige Tipps heute. Bevor wir starten, möchte ich euch noch ganz kurz unseren Langzeitpartner, die FHDW, empfehlen. Bei der könnt ihr im dualen Studium neben Software Engineering und mehr auch Cyber Security studieren. Das Tolle, bei der FHDW studiert man dual, das heißt Vorlesungszeit bei der Hochschule, Vorlesungsfreizeit, Praxis beim Unternehmen sammeln. Die bezahlen euch dafür und die Chancen stehen, sagen wir mal, wirklich sehr gut, dass die euch dann am Ende auch übernehmen wollen. Damit umgeht ihr diesen ganzen Jobmarkt-Mist, der teils passiert, aber dazu jetzt mehr. Lasst uns doch gleich über diesen Jobmarkt-Mist reden, den ich gerade angesprochen habe. Da ich ja auch gelegentlich hier Stellen empfehlen darf, habe ich da mittlerweile doch auch ein Auge drauf. Ist vielleicht euch auch aufgefallen, aber Cyber Security Stellen kommen recht selten bei mir auf dem Kanal. Neben sowas hier, wo sich der Erschaffer von FastAPI, das ist ein Framework für Python, auf einen Job für FastAPI bewerben möchte und nicht genommen werden kann, weil vier Jahre Erfahrung gefordert werden, er aber zu dem Zeitpunkt erst vor 1,5 Jahren FastAPI überhaupt erst erschaffen hat. Solche Dinge sind leider häufiger schon passiert und etwas ähnliches sehe ich in der Cyber Security. Die Stellen, die ausgeschrieben sind, erfordern 10, 15 Jahre Praxiserfahrung ganz explizit im Bereich der Cyber Security. Die Löhne sind lächerlich hoch für diese Stellen, aber für die Praxis bedeutet das, neue Leute in der Cyber Security haben keine bzw. kaum eine Chance. Denn wie will man denn an 10 Jahre Erfahrung kommen, wenn man gar nicht arbeiten darf? Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass viele, die eigentlich reine Cyber Security machen wollten, in die Softwareentwicklung gehen und das dort machen. Auf die Einsteigerstellen gibt es nämlich durchaus viele Bewerber, aber ohne Chancen zu geben, ist es halt fast unmöglich. Doch wenn ihr mich fragt, liegen die Probleme sogar noch ein Stockwerk tiefer begraben. Wenn ihr in einem mittelständischen Unternehmen in Deutschland nach der IT-Sicherheitsabteilung fragt, ist das meist eine Person, falls ihr Glück habt. Meist eher eine Person, die die komplette Administration macht und zusätzlich noch die Sachen für die Cyber Security übernehmen muss. Und oft genug wird es ausgelagert an einen anderen Dienstleister. Wenn allerdings nur eine Person Administration und Security macht, wird zwangsläufig etwas liegen bleiben. Ständig müssen irgendwelche Dinge geändert werden. Wie soll da Zeit bleiben, sich um die Security zu kümmern? Noch viel schlimmer, es ist dann quasi unmöglich, eine neue Person einzulernen, die neu in dem Bereich ist. Denn ich meine, wer hat die Erfahrung, das Wissen, um denjenigen in die Unternehmensstruktur, die Prozesse, die Anwendung einzulernen? Hier muss es dann also jemand mit Erfahrung sein, der sich selbst einarbeiten kann, weil es ist ja niemand anders da. Oder jemand, der sich externe Dienstleister einkaufen darf. Bleiben also noch die Dienstleister. Bei denen ist es zwar etwas besser, aber immerhin nur ein bisschen. Doch leider findet sich auch hier noch ein weiteres Thema. Langjährige Erfahrung, häufig immer noch wichtig, aber auch zig Zertifizierungen, die gefragt werden. Und das gilt übrigens auch, beziehungsweise wenn nicht sogar vor allem für unsere Behörden. Ein Studium der Cyber Security und sogar Praxiserfahrung ist oftmals nicht mal genug, um überhaupt einen Job zu bekommen. Es dreht sich alles um Zertifikate. Mindestens ein Zertifikat für die Kenntnis der ISO 27000 wird meist vorausgesetzt. Und die Dinger sind richtig teuer. Mit den Lernmaterialien, die man ja braucht, kosten die Dinger durchaus auch mal vierstellig. Eines davon. Wenn ich beim Amt anfange, kann es durchaus sein, dass ich drei oder vier dieser Zertifikate brauche. Um ehrlich zu sein, nach dem Studium hätte ich mir das nicht leisten können. Was sich vielleicht nach einem Mimimi anhört, führt dazu, dass noch mehr reine Cyber Security Experten in ein verwandtes Feld abwandern. Software Engineering oder Netzwerkadministration. Aber was heißt es eigentlich, in der Softwareindustrie anzufangen? Muss ich da nicht andere Skills haben? Ja, schon. Aber hier wird man lustigerweise eher eingearbeitet. Grund dafür ist vermutlich, dass es mehr Leute mit langjähriger Erfahrung gibt, die coden, als Leute mit Cyber Security Background und auch mehr davon auf einem Haufen sitzen. Denn in der Softwareentwicklung arbeitet man meist in Teams von drei bis sieben Leuten. Dazu kommt, so viele Frameworks und Sprachen, die es da draußen gibt. Niemand erwartet ernsthaft, dass ihr die alle könnt. Könnt ihr eine, könnt ihr in alles andere eingearbeitet werden. Es ist also viel, viel einfacher Fuß zu fassen im Software Engineering Bereich. Und Cyber Security fragt ihr jetzt vielleicht? Richtig. Es gibt dieses eine Ding namens DevSecOps. Dazu will ich noch ein separates Video machen. Kurz gesagt wird hier im Team noch auf Security direkt bei der Entwicklung geachtet. Das eben alles zum Beispiel einer vernünftigen Review unterzogen wird und so weiter und so fort. Und wenn ihr in der Cyber Security tätig sein wollt, geht das. Also auch in so einem Team. Denn das muss auch irgendjemand machen. Was also häufig passiert ist folgendes. Man entwickelt Software, schult sich aber immer mehr Richtung Cyber Security und übernimmt diese Rolle. Dann bekommt man beim Arbeitgeber die Schulung und Zertifikate für Cyber Security und irgendwann landet man dann ganz in der Security Abteilung. Der Weg ist aber deutlich länger als einfach direkt anzufangen. Und man bekommt natürlich auch Fähigkeiten im Software Engineering, die man aber für reine IT Security oftmals gar nicht mal unbedingt braucht. Man wechselt immer mehr weg von der Softwareentwicklung bis hin zur administrativen Tätigkeit, die mit Cyber Security also auch einhergehen. Das heißt, es ist eigentlich, wenn man reine Cyber Security macht, nicht mehr deine Aufgabe, Code zu schreiben. Es ist eher deine Aufgabe, Schwachstellen zu verwalten, Bedrohungen zu analysieren, Strategien zu entwerfen, Leute zu schulen und vielleicht auch mal einen Pentest. All das muss man machen. Hat aber wenig mit eigentlichem Software Engineering zu tun. Auf lange Sicht, ich denke, das sieht jeder, ist das aber keine Lösung. Das ist quasi als würde ich nach Rom fahren, dann nach Venedig und dann nach Berlin, was eigentlich mein Nachbarort war. Dieser Weg frustriert viele in der Branche und vor allem natürlich auch neue in der Branche. Und deswegen gehen auch viele ganz raus aus der Security und das ist mega schade. Arbeitgeber sollten ein Weg rein, kein Weg raus sein, wer nämlich fragt. Aus diesem Grund mein Aufruf an alle, die wirklich nach Leuten in der Cyber Security suchen. Wenn ihr Leute einlernen könnt, dann tut das bitte. Wenn das nicht geht, hier mein Angebot. Auf meiner Academy biete ich Kurse zu Cyber Security an, unter anderem natürlich. Und ich rufe euch jetzt dazu auf, mir die Themen zu nennen, die euch fehlen, sodass ich die in meine Kurse einbauen kann. Und wenn dann alles drin ist, dann gibt es ja keinen Grund mehr, dass ihr nicht die Leute zumindest leichter einlernen könnt. Ich bin auch sehr glücklich über Einsendungen mit Themenlisten oder gar Notizen und Co. Anschließend können wir sehr gerne eure Jobs natürlich auch bei uns in der Academy hinterlegen und ein Stipendium für zum Beispiel Webinare oder Coachings durchführen. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass die Leute vielleicht sogar schon etwas Praxiserfahrung haben. Vielleicht keine zehn Jahre, aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Wenn man die Leute richtig einlernt, dann passen die perfekt auf das Unternehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wahnsinnig viele talentierte Leute hier bei uns in der Community haben oder zumindest ausbilden können, die durchaus in der Lage sind, all diese Aufgaben zu erledigen. Und ich weiß, ein duales Studium ist toll, aber manche sind nun mal einfach schon fertig und finden jetzt nichts. Und ich möchte wirklich dringend die Situation in Deutschland, was Cyber Security angeht, verbessern. Aber ohne Hilfe ist das ein bisschen unmöglich. Daher danke, dass ihr mitmacht.